Fuck, 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 fuck you! Yo Leute, erst mal ein kleines Vorwort. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt eine öffentliche Nummer habe. Die seht ihr jetzt. Schreibt mich da an auf WhatsApp. Ich beantworte euch dann Fragen und wenn ihr mal mit mir SG-250 spielen wollt oder mit mir aufnehmen könnt, schreibt mich auf WhatsApp. Und ja, vielleicht wird dann was draus. Schreibt mich auf jeden Fall an. Das ist meine zweite Nummer, also nicht meine private. Also macht euch keine Gedanken. Schaut euch das Video an. Yo, hallo und herzlich willkommen zur allweiteren Runde Micro Battles auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Micro Battles, wie schon gesagt. Und heute mit einer Spezialfolge, weil nämlich heute kommen drei Runden Micro Battles. Drei coole Runden, drei spektakuläre Runden, drei phänomenale Runden und drei sehr traurige Runden. Heute wird es sehr emotional, Leute. Yo Leute, wir sind jetzt in der ersten Runde und ich habe das Kit not back. Ähm, wenn ich spiele auf dem Server mb.cookie, 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 mb.cookie. Jo Leute, ich bin jetzt in der zweiten Runde, wie ich gerade gestorben bin. Das ist natürlich dann wieder mal lächerlich von Feinsten, Leute. Ich bin der größte Noob. Das wisst ihr auch schon, wenn ihr meine Videos auch schon vorher geschaut habt. Ähm, ich freue mich mit euch was zu machen. Ich, um, ihr seht hier natürlich mal in der Videobeschreibung wieder meine Nummer, meine Community Nummer. Schreibt mich da an. Ich plane gerade momentan Projekte. die relativ nice wäre und die bin ich in der Geiler Scheiß, Mann. Geiler Scheiß. Das Ja. Ja, geil. Leute, ich bin raus. Natürlich nur ein Spaß, Leute. Es ist natürlich dann auch schon wieder lächerlich, wie ich hier sterbe. So, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass diese Runde auf jeden Fall besser läuft. Ja, Junge, wie lange soll ich noch warten auf fünf Spieler, auf fünf Spieler, Leute, auf fünf Spieler. Ja, das ist gar nichts. Wo bleiben die da? Ah, geil, viel. Und ich wollte sagen, mein Praktikum ist fast zu Ende. Ich werde das halt noch ein Video machen, wo ich mir meinen Fein hat und, äh, was ich da getan habe und was. So, wie es da war. Für ein paar, die es vielleicht mal interessiert. Und, ja. Okay, Leute, die Runde startet jetzt. So, ähm, falls ihr euch denkt, so, warum ich jetzt so eine öffentliche Nummer mache oder so, vielleicht denkt ihr, es ist unnütz. Nee, eben nicht. Ich mache dieses, damit ich mit euch schreiben kann, weil wir eine Community sind, ähm, ihr unterstützt mich auch damit. Und, ich will mit euch Projekte machen, mit euch. Und, ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Weil, das mache ich auch eigentlich nur für euch. So, nein, 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 Junge, Junge. Egal, Leute, das soll es gewesen sein. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt die ganze Zeit in Lava gestorben bin. Ähm, ich hoffe, ihr lasst ein Like da, weil in dieser Folge werde ich natürlich auch viel schneiden. Oben rechts ist die Playlist zu der Leben-Saison. Wenn ihr die schauen wollt, gerne. Ist ja wirklich richtig cool. Alle Leben-Folgen. Es wäre cool, wenn ihr mal da vorbeischauen würdet und wenn ihr mal Langeweile habt, nochmal die ganzen Folgen durchschauen würdet. Ist natürlich viel, aber, Leute, wenn ihr mal Langeweile habt, das waren richtig coole Folgen. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Folge. Ich glaube, sogar morgen ist das YouTuber-Battle. Mal gucken. Vielleicht sogar morgen beim YouTuber-Battle. Also dann bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.